Wie spielt jetzt die Registrierkasse mit der Finanzbuchhaltung zusammen? Viele Registrierkassen bieten eine Option an, Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung. Das heißt, wenn Sie die Umsätze schon in der Kasse eingehen müssen, ist es natürlich praktisch, Sie nicht nochmals in der Finanzbuchhaltung zu erfassen und mit seiner Schnittstelle können Sie die Daten automatisch verbuchen. Wenn Sie selbst die Buchhaltung machen, wenn Ihr Steuerberater oder Ihr Bilanzbuchhalter die Buchhaltung macht, können Sie diese per Knopfdruck, diese Datei per Knopfdruck melden und er kann es per Knopfdruck in die Buchhaltung nehmen. Das ist eine sehr, sehr praktische Sache. Eine andere Option, die bei Registrierkassen oft angeboten wird, das Kassenbuch. Auch das ist sehr nützlich. Es ist so, der Gesetzgeber verlangt jetzt nur, dass die Barumsätze in der Registrierkasse eingegeben werden müssen. Ausgaben können Sie erfassen, müssen Sie aber nicht. Registrierkassen, die eine Kassenbuchfunktionität haben, geben auch die Möglichkeit, Ausgaben zu erfassen, auch andere Einzahlungen wie Bareinlagen ihrerseits vielleicht. Und das ist sehr sinnvoll, weil dann der Kassenstand stimmt und weil diese Aushaltungen auch das Kassenbuch, das ja geführt werden muss, ansonsten ersetzen.